Okay, schön. Dann können wir starten. Herzlich willkommen zum Abschlusspanel dieser Konferenz. Mein Name ist Ronda Koch und ich darf heute Abend dieses Panel moderieren. Das Panel trägt den Namen vom Horror zur Hoffnung. Gut, genau. Und damit sind wir auch schon beim herausfordernden Auftrag für diesen Abend, nämlich in Zeiten wie diesen über Hoffnung zu sprechen und nicht nur darüber sozusagen zu philosophieren, sondern auch zu überlegen, wie wir eigentlich wieder zur Hoffnung kommen. Es ist anspruchsvoll deswegen, weil wer vielleicht zum Beispiel heute Richard Seymour gelauscht hat in seinem Beitrag, der wir viel darüber gehört haben, dass wir eigentlich in einer Zeit, zumindest empfinden es viele Menschen so, in einer Zeit der Hoffnungslosigkeit leben. Richard Seymour schreibt, Menschen haben heute das Gefühl, vor allem Zeugen einer düsteren Wahrheit zu sein, die sich auf schreckliche und unwiderrufliche Weise der Welt offenbart. Und diese Fassungslosigkeit oder man könnte vielleicht auch sagen, dieser Weltschmerz, der sich zumindest durch meinen Alltag mittlerweile zieht und wo ich das Gefühl habe, der nicht mehr nur noch sozusagen unter Sozialistinnen und Sozialisten geteilt wird, sondern der einem auch im Supermarkt begegnet oder auf der Straße oder auf der Arbeit, dass dieser Weltschmerz so allumfassend geworden ist, ist zumindest für mich eine neue Erfahrung in meinem Leben. Das bringt mich gleichzeitig dazu, sagen zu wollen, dass ich glaube, dass linke Menschen oder Sozialistinnen eine doppelte Aufgabe mittlerweile haben oder in Zeiten wie diesen, nämlich natürlich einerseits den kalten Wind im Gesicht auszuhalten, gegen den Strom schwimmen zu müssen. Das ist vielleicht eine Aufgabe, die wir schon das ein oder andere Mal auch trainiert haben. Aber es kommt eine zweite Aufgabe hinzu, nämlich würde ich sagen, gegen die eigene Erschöpfung und auch gegen die Verzweiflung, die man dann doch immer wieder sozusagen spürt, anzukämpfen und da sich sozusagen selber aus dieser Situation sozusagen rauszukämpfen. Die gute Nachricht für heute Abend ist, ich glaube, auf dem Panel sitzen hier Menschen, die dieser doppelten Aufgabe gewappnet sind, die alle aus einer unterschiedlichen Perspektive und aus unterschiedlichen Rollen eigentlich irgendwie an der Hoffnung arbeiten. Deswegen freue ich mich sehr, euch unsere Gäste vorstellen zu dürfen. Ich beginne bei Grace. Grace Blakely, schön, dass du hier bist. It's great to have you here. Grace ist Mitarbeiterin des Tribune Magazins und Autorin mehrerer Bücher. Ich habe mal zwei genannt, will mal zwei nennen. Einmal Vulture Capitalism, Corporate Crimes, Backdoor Bailouts and the Death of Freedom. Das sieht so aus und ich empfehle euch, es euch zu bestellen, falls ihr es noch nicht kennt. Andere kennen vielleicht das Buch, was etwas früher publiziert worden ist von Grace, nämlich Stolen, wie wir die Welt vor der Finanzialisierung retten. Grace ist aber auch ehemalige Wirtschaftskommentatorin des New Statements und ehemalige Forschungsstipendiantin am Institute of Public Policy Research in London gewesen. Und was vielleicht für den späteren Abend auch noch wichtig werden könnte und was manchmal vergessen wird, Grace hat eine zentrale Rolle gespielt bei Momentum rund um Jeremy Corbyn. Also Grace, ich bin sehr froh, dass du hier bist und ich freue mich auf deine Gedanken. Rechts neben Grace sitzt Klaus, Klaus Dörre. Klaus Dörre ist Professor für Arbeitsindustrie und Wirtschaftssoziologie an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena. In deiner Tätigkeit als Wissenschaftler prägst du, Klaus, die breitere linke Debatte immer wieder mit Konzepten und Begriffen, die du entwickelt hast. Ich will mal einfach nur ein paar nennen, weil ich glaube, viele Menschen deine Konzepte und Begriffe kennen. Der Machtressourcenansatz als ein Beispiel, der Begriff der demobilisierten Klassengesellschaft, Transformationskonflikte, der Begriff der ökonomisch-ökologischen Zangenkrise und zuletzt auch der Begriff der Nachhaltigkeitsrevolution, den du 2021 in deinem Buch die Utopie des Sozialismus entwickelt hast. In der letzten Zeit ist einer deiner Schwerpunkte, wenn ich das so sagen darf, vor allem die Automobiltransformation auch gewesen und ich will einfach nur deswegen auf einen kürzlich erschienen und sehr lesenswerten Sammelband von dir hinweisen, den du mit herausgegeben hast. Der trägt den Titel Die Zukunft des Automobils, Innovation, Industriepolitik und Qualifizierung für das 21. Jahrhundert im Campus Verlag erschienen. Klaus, ich bin sehr gespannt, was du uns heute hoffnungsvolles und optimistisches in Zeiten wie diesen mit auf den Weg geben wirst. Schön, dass auch du heute Abend hier bist. Und zuletzt zu meiner Linken Ines, Ines Schwertner. Ines Schwertner ist auch, dass du sagen, du übernimmst in einer extrem schwierigen Zeit einen Job, der extrem anspruchsvoll ist. Und gemeinsam hoffe ich, dass wir diese Aufgabe und dich in deinem Amt unterstützen können. Bevor du aber Parteivorsitzende geworden bist, warst du vor allem als Publizistin und Journalistin tätig. Insbesondere da als Chefredakteurin vom Jacobin Magazin, aber auch als Redakteurin vom Hyperpolitik-Podcast. Und neben deinen Veröffentlichungen natürlich im Jacobin hast du an vielen anderen Orten auch veröffentlicht dich und dich so sozusagen in der politischen Debatte beteiligt. Du hast aber auch Bücher veröffentlicht. Und ich will noch ein letztes vielleicht nennen, das du zusammen mit Lukas Scholle herausgegeben hast mit dem Titel Genug, warum wir einen politischen Kurswechsel brauchen. Und dieses Buch war im Grunde sozusagen eins der Ergebnisse deiner Mitarbeit und deines Engagements in der Kampagne Genug ist genug. Es ist schön, dass du hier bist, trotz dem Stress und dem Workload, den du wahrscheinlich gerade hast. Cool, dass du auch da bist. Und ich bin gespannt auf unsere Debatte. Wir haben uns für heute Abend vorgenommen, hier drei mal schnellere und längere Runden zu drehen, um uns sozusagen gemeinsam zur Hoffnung vorzuarbeiten. Weil eine Diskussion über Hoffnung und Strategie jedoch nicht aus dem Kalten starten kann, würden wir gerne die erste Runde nochmal bei den Analysen unserer Panelisten beginnen. Und ich habe die drei gebeten, sehr kurz und knapp, weil ihr ja jetzt den ganzen Tag auch schon Analysen hinter euch habt. Aber doch nochmal sehr kurz und knapp Einblicke in eure Perspektiven auf die Welt mit uns zu teilen. Grace, in deinem Buch Vulture Capitalism, ich übersetze es jetzt mal als Raubtierkapitalismus oder Geierkapitalismus. Ich weiß nicht, ob das so passt. Gott sei Dank kann ich eure Gesichter nicht gut lesen. Räumst du mit der Erzählung auf, dass Planwirtschaft oder Planung und Kapitalismus Gegensätze sind. Und du nimmst die Leserin eigentlich mit auf eine Reise in die letzten Jahrzehnte neoliberaler Planung, müsste man eigentlich sagen, wo Unternehmen und Konzerne sehr aktiv den Markt eigentlich manipuliert haben und das meistens entweder durch die Hintertür oder auch manchmal sehr offensiv durch die Politik und staatliche Institutionen von denen unterstützt. Deine These ist also im Grunde, wenn wir vom Kapitalismus sprechen, dann sprechen wir über ein hybrides System aus Planung und Markt auf den beiden Seiten. Und das ist vor allem ein System, so spitzt du zu, was sich eine kleine Elite gebaut hat und was eine kleine Elite probiert im Sinne ihrer eigenen Interessen und ihrer eigenen Macht zu verteidigen. Das vielleicht so grob, vielleicht kannst du uns noch mal ein bisschen mehr erklären, warum, was du mit deinem Buch uns auf den Weg geben wolltest. Grafik. Thank you. That was extremely well summarised, if it was translated properly, which I am sure it was. So yeah, I guess I will talk about a few things that made me want to write this book and one of those things was actually knocking on doors for Jeremy Corbyn in 2017 and 2019 Now, particularly in 2019, I remember over the course of that election campaign knocking on people's doors in very poor parts of the UK places blighted by inequality and poverty and speaking to people and saying hello, I'm from London and I've come here to tell you how the Labour Party is going to make your life better and unsurprisingly a lot of people didn't find that particularly convincing and yeah, there was this kind of sense of mistrust and disbelief which I can fully understand but was always really quite challenging Then there was the COVID-19 pandemic which happened just after Labour lost that election and I remember going on TV and being interviewed by lots of TV presenters who all said a similar sort of thing, they said something along the lines of Jeremy Corbyn lost the election but now the government's spending loads of money so it's almost like we got socialism anyway and it made me think how like deep and profound people's misconceptions are about the nature of capitalism and relatedly the nature of socialism interestingly enough this is also something that I've experienced here in Germany because a couple of years ago when I came here to talk about my first book Stolen I was informed that in Germany you don't have capitalism you have the social market economy so I don't really know what I'm doing here to be honest but there we go look I think like the the fundamental misconception here is the idea that capitalism means something along the lines of free markets and a small state and socialism means a powerful state a centralized economy and yeah kind of centralized planning basically and the argument of this book is that capitalism is a system that is characterized by some form of central planning and what that means is the large powerful corporations that aren't really subject to the discipline of the market because they are so big and so powerful that they are able to insulate themselves from competition work alongside powerful financial institutions and governments to effectively shape the things that we produce the things that we invest in the laws that we have the nature of society and all of this really fundamentally contradicts the lie that we were sold in the 1980s by the neoliberal movement which was to say through privatization through deregulation through tax cuts we will shrink the state expand the free market and in doing so expand your personal individual freedom that was a really compelling line that allowed politicians like Margaret Thatcher and Ronald Reagan and Pinochet in Chile to come to power and completely revolutionize their economies all in the name of freedom what has been interesting about the trajectory of capitalism since the 1980s is the way in which that promise of freedom has been lost because it was never really about freedom to begin with we have not seen the state shrink even in the economies in which these free market principles have been implemented what we have seen is a transition from one kind of state planning this was the post-war period when you had governments working alongside unions and businesses this corporatist model and that was the way that the economy was planned through to the neoliberal model of planning which is basically corporate lobbying of and financial lobbying of government to get policies that they want implemented and also planning within within these corporations and within these financial institutions because many of these businesses are so large and so powerful they're able to exercise this kind of rigid hierarchical control over the workers that exist within that firm not to mention control over nature and the natural environment and what all this has meant is that we have really lost most of the forms of democratic accountability that are supposed to exist within a capitalist economy in a capitalist economy you're supposed to have the market and the pressure of competition disciplines firms and creates accountability at the same time you also have the state which is separate from the market and if a company does something wrong then it will get punished by the state it will be regulated an example I like to use which those of you who were in my talk earlier will now be familiar with is the example of Boeing some of you may be familiar with the 737 MAX disasters where two Boeing planes nosedived out of the sky killing nearly 350 people later investigations revealed that senior executives at Boeing had known about the software flaw in the plane that caused it to fall out of the sky whistleblowers had come forward and said this plane is unsafe it shouldn't go to market they had been ignored as part of a broader drive within the company to repress the unions and to empower middle management and Boeing at the time was one of the biggest recipients of corporate welfare in the US it received billions of dollars in tax breaks and subsidies it received huge government contracts and even after it was found to have committed a criminal conspiracy to defraud the United States it still got money from the state during the COVID-19 pandemic in the form of a bailout this kind of you know basically oligarchic system where you have big corporations working within states and working alongside states to basically protect their own interests is now integral to the way capitalism works you see it in the wake of the financial crisis when the banks are bailed out none of them go to prison and austerity is imposed on everyone else you see it in the COVID-19 pandemic when workers become unemployed and lose their homes but big businesses are entirely protected this centralized planning completely undermines the idea that capitalism is a free market system and instead shows that it's based on collaboration at the top and ruthless free market competition for everyone else and this is the really important distinction that I think we need to be clear on here because I think it explains the particular political conjuncture that we are in today the average person was sold in the 1980s the idea that neoliberal economics would make them free 40-50 years later they are in an economy in which most aspects of their lives are rigidly controlled by people above them your life is controlled by your boss who is able to exert immense amounts of power over you and you can't push back because the labour movement has been so disempowered when you think about politics you know it used to be the case that you might be able to get involved in mass movements within political parties that would really shift political debate in society now political parties are so centralized and so insulated from popular pressure that you go to vote once every four years and you're faced with a few candidates present company excluded who you didn't vote for and whose policies don't represent your interests even when you go to the supermarket you're faced with a bunch of products which are all manufactured by about three or four corporations your life is subject to this totalizing control that comes from living in a centralized economy and that makes you feel really powerless it makes you feel really alone and I think the response to that from some people is apathy it's well the people at the top have so much power there's nothing I can do to possibly resist it and for some the response is anger it's there are these people who are controlling my life who are preventing me from living with dignity who are cutting my wages cutting my public services and just telling me what to do constantly giving me no real sense of what freedom looks like and the far right profits from that in a way that it hasn't been able to in the past why is the far right so successful at profiting from that anger today because historically 50 years ago if there was a cost of living crisis there was a cost of living crisis 50 years ago people would have particularly you know young men concerned about the impact of inflation on their wages would have joined a union got out onto the streets and started demanding political change together as a collective they would have gone into work spoken to their co-workers and said are you also experiencing this problem that I'm experiencing okay maybe we should work together to fight to try and change things today what do they do they blame themselves for not having worked hard enough they maybe take out some short-term debt to be able to cover their costs maybe they take all their savings and they invest in crypto based on the idea that one day they will become individually very rich it's this toxic individualism that has is really like the inverse of the collaboration that we see at the top of the economy they've convinced us that we are all isolated we're alone we have to compete in order to survive and that there is this social hierarchy because we live in a meritocratic society so the good rise to the top and the weak fall to the bottom and that it's all about elbowing each other out of the way to get to the top and that kind of like you know that competitive individualism that tells us you are completely alone in the world no one is going to catch you if you fall you have to protect yourself that is I think causing an immense amount of pain the pain that you were just talking about for a lot of people in western societies and it's also the biggest thing preventing us from realizing any form of political change because given the context that we live in given this oligarchic system where governments work with you know big corporations and financial institutions we can't rely on anyone else to come and save us you know a great political party isn't going to sweep in and ride to the rescue Kamala Harris isn't suddenly going to realize that she needs to implement socialism any change that is going to happen is going to come from shifting the balance of power in society and the biggest thing that is getting away of that at the moment is the belief that is so deeply held in so many of our societies that we are fundamentally alone and that we have to compete with those around us in order to survive so I think the project for the left today is about cutting through that individualism articulating a project of building collective power based on solidarity mutual care and a vision of hope for the future Thank you Grace I'm excited to hear more about that later Um aber vielleicht nochmal bei den People on the Top zu bleiben Klaus ich erinnere mich an einen Radiobeitrag der ist schon ein paar Jahre her ich habe nämlich nochmal geguckt wann ich den gehört habe weil mir ist ein Satz im Kopf hängen geblieben den du damals formuliert hast da hast du ein Dilemma beschrieben was du hergeleitet hast mit der ökonomisch-ökologischen Zangenkrise dass der Kapitalismus auf einem ressourcenintensiven Wachstum basiert und basieren muss und gleichzeitig eben an seine ökologischen Grenzen stößt und da hast du gesagt die Elite würde jetzt ratlos auf dieses Dilemma schauen und dann habe ich nochmal geguckt wann das war das war 2019 und in diesen letzten Jahren ist ja so unglaublich viel passiert vielleicht nochmal um alle mitzunehmen weil ich mir auch immer wieder klar machen muss was passiert ist 2019 war der Höhepunkt von Fridays for Future ja der Höhepunkt der internationalen Klimabewegung danach kommt Covid dann schaffen es die Grünen quasi gerade noch in ihre Fortschrittskoalition 2021 dann kommt schon der Ukraine-Krieg und eigentlich die ganze Debatte um grün-liberale Transformation rückt schon in den Hintergrund weil es geht um Aufrüstung es geht um Inflation es geht um die Energiekrise und so weiter und dann habe ich mir jetzt in der Vorbereitung die Frage gestellt würdest du eigentlich heute sagen die Elite ist planlos oder wenn man jetzt sozusagen sich Trump anguckt aber auch das Projekt was sozusagen März andeutet hier für Deutschland ist die Elite eigentlich von heute haben wir es eigentlich mit einer schamlosen Elite zu tun die sozusagen auf dieses Dilemma schallt genau piep meine Frage an dich ist vor allem wie blickst du insbesondere vor dem Hintergrund deiner analytischen Klammer der Zangenkrise auf die derzeitige Situation und wie passt dein Blick vielleicht auch rein in das was Grace gerade skizziert hat für den Vulture Capitalism Ja ich würde auf alle Fälle festhalten dass das mit der Ratlosigkeit bei den politischen Eliten eher noch ausgeprägter ist das heißt nicht dass sie keine Pläne haben ja also wie man gerade an einer gewissen freidemokratischen Partei sehen kann können die sehr genau planen wie man aus einer Regierung austritt ja also aber das wenn man mal schaut da kann man die Europäische Union nehmen die Krise des Wirtschafts- und Industriemodells wenn man überhaupt von einem Europäischen sprechen kann wir haben es mit massiven Deindustrialisierungsprozessen zu tun und die wissen nicht wie sie es aufhalten sollen und wir erleben ja eine seltsame Rolle rückwärts nicht ich meine das Aus von Verbrennungsmotoren das ist von einer CDU-Politikerin auf EU-Ebene durchgesetzt worden und jetzt kommt eine Herr Merz und sagt Rolle rückwärts ja also das ist keineswegs so dass die wüssten wo es lang geht deshalb würde ich sagen bezogen auf diesen Begriff der ökonomisch-ökologischen Zangenkrise muss vielleicht in einem Satz nochmal sagen was das meint meint im Grunde dass das wichtigste Mittel zur Befriedung sozialer Konflikte in entwickelten kapitalistischen Staaten nämlich die Erzeugung von Wirtschaftswachstum nach den Kriterien des Bruttoinlandsprodukts unter Status-Quo-Bedingungen notwendig wenn es denn eintritt das Wirtschaftswachstum zur Aufschaukelung ökologischer Gefahren allem voran des Klimawandels führt bleibt es aus das Wirtschaftswachstum steigt diese soziale Not ist also eine Skiller und Charybdessituation und das sehen wir ja nach wie vor nicht also dass die Bundesregierung die Klimaziele 24 möglicherweise erreicht hängt schlicht damit zusammen dass die Wirtschaft in den Keller gegangen ist ja das ist Degrowth by Disaster also die Grundkonstellation ist noch da was ist neu und da würde ich ergänzend sagen jetzt zum Geierkapitalismus also zur Planwirtschaft im Dienste der kapitalistischen Eliten dass zwei Begriffe dazu müssen Krieg und Klima sage ich jetzt mal plakativ ja und zwar aus folgenden Gründen wir erleben ja gegenwärtig dass die ökologischen Themen mit einer Geschwindigkeit von der politischen Agenda geputzt werden das atemberaubend ist und in keinem Verhältnis zur Sache steht ja ich weise nur auf zweierlei hin heute war in der Süddeutschen Zeitung ein Artikel wir sind auf dem richtigen Weg weil wir steuern auf ein 2,4 Grad Erderhitzung Szenario zu oder ein 2,7 Grad Erderhitzung Szenario wer das als Erfolg verkauft weil es kein 4 Grad Erderhitzung Szenario ist bis zum Jahrhundertende also da weiß man nicht mehr was dieser Mensch da geschrieben hat was der sich dabei gedacht hat 2,7 Grad Erderhitzung bedeuten nach einer Studie von Lenden und anderen Großbritannien Oxbridge Studie dass voraussichtlich ein Drittel der Menschheit die angestimmten Klimanischen verlieren wird ja und da kann die AfD noch so sehr schreien mit ihren neuen Bündnispartnern die Zäune hoch Festung Europa das wird dann nicht mehr funktionieren also es ist eine apokalyptische wirklich eine Situation des Ökozids und wenn wir jetzt angucken was sozusagen die kapitalistischen Eliten mit verursachen die superreichen 0,08% haben in den letzten 30 Jahren ihre Emissionen um 80% gesteigert der Emissionsrückgang in den entwickelten kapitalistischen Staaten ausschließlich eine Sache der klaren Portemonnaies und oft erzwungener Konsumverzicht ja so und das ist ja eklatant ja dass sagen die ökologische Gefahr mit einem Gerechtigkeitsproblem verkoppelt ist und das findet keinen politischen Ausdruck ja das ist ja Wahnsinn so und warum ich glaube das hat auch nicht nur aber auch mit dem Krieg zu tun ich will jetzt nicht sagen also das ist ja ein bisschen eurozentristisch Kriege hat es auch vor dem Ukraine-Krieg gegeben darauf weisen mich die Soziologinnen und Kollegen jenseits Europas immer hin ja aber es ist ja folgendes ja egal wie man jetzt zum Ukraine-Krieg steht zu Waffenlieferungen und so weiter gilt doch folgendes wir laufen in eine Situation permanenter Aufrüstung hinein wo ja die zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts nicht reichen sollen sondern das auf drei oder vier Prozent gehen soll und wenn das geschieht dann muss man sagen auch die unterbliebenen Maßnahmen bewirken etwas was man auch als exterministisch also als Tendenz zur Massenvernichtung begreifen kann weil die Mittel natürlich den dringend nötigen Umbaumaßnahmen entzogen werden ja und das ist eine brandgefährliche Situation jetzt rede ich mich um Kopf und Kragen weil ich Hoffnung stiften soll aber wir müssen der Situation ins Auge sehen und jetzt will ich nicht sagen dass es muss nur schlechter werden oder schlimmer dann wird es besser aber wenn das mit der Zangenkrise stimmt werden wir Situationen erleben eher schneller und eher unvermuteter als wir das voraussehen können die gewissermaßen in einer Weise wirken dass Gelegenheiten entstehen wo rasche Kurswechsel möglich werden und neue politische Subjekte entstehen ich mache es nur in einem Beispiel dann bin ich fertig schauen wir nach Valencia vor der Haustür gewissermaßen eine Flutkatastrophe eine Sintflut und also das ist ja Wahnsinn dass drei Tage nach den Ereignissen immer noch niemand da war keine Hilfe keine staatlich organisierte Hilfe und man sieht was passiert 100.000 auf der Straße man weiß nicht in welche Richtung der Protest geht aber das geht in Richtung Bargaining by Rights und da entstehen neue Situationen heute würde man sagen schick disruptive Situationen auf die man vorbereitet sein muss und deshalb glaube ich darf man auf keinen Fall den Fehler machen wichtige Fragen nur weil sie jetzt wahltaktisch vielleicht gerade keine Bringer sind die ökologische Frage ökologischer Gesellschaftskonflikt Klimawandel ja könnte weiteres aufzählen Krieg die Tatsache dass wir eine Einwanderungsgesellschaft sind und es bleiben werden ja mit den entsprechenden Konflikten die darf man nicht von der politischen Agenda nehmen ja das ist keine Empfehlung für eine Wahlstrategie aber eine Empfehlung für die strategische Ausrichtung einer linksgrünen Partei oder sozialistischen Partei oder ökosozialistischen Partei Punkt Danke Klaus Ich finde es auf jeden Fall gut dass ihr schon die ganze Zeit drängt Richtung über Hoffnung sprechen trotzdem noch mal einmal damit wir das politische oder gesellschaftspolitische Mapping vervollständigen fürs Agieren einer Partei wie die Linke ist natürlich extrem wichtig eine sehr gute Analyse der politischen Gemengelage gerade zu haben und vielleicht könntest du die noch mal gerade in fünf Minuten ergänzen Ines wir haben hier auf der Konferenz heute schon viel darüber oder wurde schon viel darüber diskutiert ich will vielleicht einen Begriff auch noch mal mit reinnehmen den Lia Becker entwickelt hat im aktuellen für die Zeitschrift Luxemburg ein Heft was jetzt bald rauskommt da beschreibt Lia das Projekt was uns quasi mit Merz und Franz bevorsteht als neoliberale Offensive die kombiniert Technologieoffenheit mit rigider Austerität und dabei eben all das was wir jetzt schon an Faschisierung an verschiedenen einzelnen Orten sehen und merken dass das das eben nur noch verstärkt so als vielleicht Hinführung zur politischen Gemengelage wie würdest du die gerade sortieren für die Linke okay ja gut ihr habt ja schon gut vorgelegt insofern kann ich da mich ganz sehr gut darin einpassen und ich mache es mal so wie es auch jetzt heute auf dem Landesparteitag in Sachsen gesagt habe nur etwas weniger agitatorisch sondern ein bisschen analytischer aber im Prinzip sage ich das auch in öffentlichen Reden so weil ich glaube dass dieser Wahlkampf jetzt die nächsten 100 Tage sehr zugespitzt das sein werden woran auch die Ampel letztlich gescheitert ist nämlich an der Wirtschaftspolitik also lange geplant offensichtlich von FDP sondern an unterschiedlichen Vorstellungen von Wirtschaftspolitik aber meine These wäre eben weil sie eigentlich nur für verschiedene Formen des Neoliberalismus also für verschiedene Formen Kapitalfraktionen stehen ist das jetzt auch gar nicht so sind die nicht widersprüchlich zueinander also die waren sich in den Ausformungen waren sie sich zwar nicht einig und sind daran jetzt gescheitert und trotzdem würde ich sagen dass sie alle gemeinsam ein ähnliches politisches Projekt weiterhin verfolgen also dass man sagen muss das hat Olaf Scholz gemacht dass die Frage der Schuldenbremse zum Beispiel ein Knackpunkt war aber wofür wird die Schuldenbremse wird die Lockerung jetzt verwendet nämlich ausschließlich wahrscheinlich für Aufrüstung und für Militarisierung das heißt was die Gemengelage ist was die politischen Parteien abbilden wird wahrscheinlich so sein dass CDU und FDP für den Block stehen die sagen Aufrüstung und vertiefte Zeitenwende und Kürzung Politik beziehungsweise halt keine sozialen Ausgaben keine Investition und der andere Block wenn man das so sehen will zwischen Grün und SPD sagen Zeitenwende vertiefte Zeitenwende die grünen ja noch viel stärker als die anderen die brauchen Donald Trump gar nicht um 500 Milliarden zu fordern und über 2% des Bruttoinlandsproduktes also vertiefte Zeitenwende und etwas weniger Sozialkürzung weil sie versprechen das muss sich nicht ausschließen aber trotzdem verfolgen alle in ihrer unterschiedlichen Art und Weise eine Form von militaristischen oder militärischen Keynesianismus der sagt wenn dann die Schuldenregel auszusetzen dann nur für die Militarisierung und das ist das worauf es glaube ich in dieser was die Konfliktlinie sein wird die schon vertieft also die schon angelegt war seit dem Ukraine Krieg aber die jetzt sich nochmal eben sehr sehr zuspitzt an der Frage wofür wird die Schuldenregel die ja nun wirklich die deutsche Wirtschaft bestimmt hat neben den günstigen Energiepreisen und der günstigen Arbeitskraft ja auch so ein Garant war für dieses Austeritätsregime für die Art und Weise wie wir neoliberal agiert haben auch auf europäischer Ebene also das lässt sich durchaus auch nicht nur auf der deutschen Ebene sondern eben auch auf europäischer Ebene sehen dass das genau das Gefüge ist und die deutsche Wirtschaft das natürlich hauptsächlich mitbestimmt und das gibt uns relativ wenig Handlungsräume einerseits weil das eben diese ganz ganz große Koalition ist aus Militarisierung und eben verschiedenen Vorstellungen davon wie hart der Sozialstaat zurückgefahren werden kann im besten Falle bliebe es bei einem Status Quo also wo Reallöhne stagnieren und nicht weiter die Krise verschärft wird das heißt wir sind im Prinzip und deswegen sage ich das so häufig in einer Verteidiger Position also in der Position die Verteidigerin des Sozialstaats zu sein mit allen Grundlagen mit allen Sicherungssystemen weil das glaube ich genau das ist wovor die Menschen Angst haben also sie haben Angst davor nicht nur unmittelbar vor Kriegen und vor Angriffen sondern natürlich auch sie spüren die Deindustrialisierung die Klaus genannt hat also sie spüren ja die Prozesse die tiefergehend ablaufen und viele der Beschäftigten wissen ja selber auch jetzt die Beschäftigten bei VW wissen selber dass eigentlich das deutsche Wirtschaftsmodell an sein Ende gekommen ist und dass es eigentlich etwas anderes bräuchte aber es muss eben politisch eine andere Vision artikuliert werden und dafür auch eine gewisse politische Macht so wie Grace gesagt hat entstehen die das auch umsetzen kann also die Beschäftigten selbst müssten die demokratische Kontrolle ja darüber haben wie sie bei dieser Transformation die notwendig ist mitwirken könnten und das ist gerade etwas wofür es noch kein politisches Projekt gibt wofür die Linke natürlich steht aber wo wir sagen müssen wir sind noch relativ am Anfang und werden deshalb glaube ich in der jetzigen Situation vor allem auch die Verteidigerin sein müssen mit Bündnispartnern mit Gewerkschaften mit vielen die jetzt auch auf die Straße gehen gegen Sozialkürzungen um also wirklich das was wir haben zu verteidigen und daraufhin eigentlich diesen Ausbau des Sozialstaates weiter voranzutreiben Danke Ines Jetzt haben wir versucht oder ihr versucht schnell einmal das politische Terrain etwas zu mappen widmen wir uns also im zweiten Teil endlich der Hoffnung das heißt der Strategie wie wir aus dieser Zeit der Verzweiflung wenn man es vielleicht so nennen will ausbrechen können was natürlich für die Analyse was für was für die Analyse gilt gilt auch für den politischen Kompass man muss sich sozusagen von den großen Leitplanken in die kleinen Leitplanken vorarbeiten deswegen würde ich gerne wieder bei Grace beginnen Grace deine zentrale These dass wir es mit einer Klassenmacht einer Elite zu tun haben und nicht zum Beispiel mit einer freien Marktwirtschaft der wir einfach nur mehr staatliches Eingreifen gegenüberstellen können hat entscheidenden Einfluss auch auf die Art du hast es eben auch schon angedeutet deiner politischen Version ich will mal ein Beispiel vielleicht herausgreifen aus deinem Buch da beschreibst du dass es ein Fehler ist sozialistische Politik gerade wenn sie als Alternative zum Bestehenden verstanden werden soll einfach gleichzusetzen dementsprechend mit vielleicht einer Art von progressiver Staatspolitik Ich habe mal ein Zitat mitgebracht um euch um fürs Buch zu werben abgesehen von der Tatsache ich übersetze es jetzt auf deutsch ich hoffe das klappt abgesehen von der Tatsache dass es falsch ist und nicht funktioniert gibt es einen noch wichtigeren Grund linke Politik nicht als eine Politik von Staat gegen Markt darzustellen Doppelpunkt sie entmündigt es ist ein großer Unterschied ob man Menschen mit einem Schutz oder Sorgeangebot oder mit einem Befähigungsangebot anspricht ersteres also das Schutzangebot ermutigt die Menschen ihre politische Handlungsfähigkeit an eine Gruppe von Vertretern und Bürokraten zu delegieren die bestenfalls alle vier Jahre auf ihre Bedürfnisse eingehen werden wenn diese dann aber ihre Wahlversprechen brechen verfallen die Menschen in Verzweiflung und geben die Politik oft ganz auf weil dann eben die Politiker doch alle wieder gleich sind eins der Zitate aus Grace Buch deine Leitidee ist die der Demokratisierung oder der Redemokratisierung wenn man so will was ich interessant finde ist in deinem Buch beschreibst du ganz verschiedene Beispiele von Kämpfen um Demokratie wenn ich das so nennen kann zum Beispiel besprichst du den Lucas Plan aus den 70ern in England und gleichzeitig besprichst du Allianne des Projektes CyberSyn ganz unterschiedliche Beispiele die auch zeigen dass du ich sag mal nicht einfach nur von einem Button-up Ansatz der Redemokratisierung ausgehst vielleicht kannst du uns noch mal ein bisschen mehr erklären wie du diese aktivierende und partizipative Demokratisierung dir so vorstellst Ja so so I think a really important point here and a point I really tried to emphasize because I think this was a trap that we fell into in the UK is that because austerity has been the big political issue on the left since the financial crisis we have fallen into the trap which the neoliberals laid for us of making a debate about economics and politics a debate between big state and small state so we end up saying you know the problem with the economy today is that the government isn't spending enough money and then the government can come in and say okay well we're going to spend X billion dollars a year on defense spending oh and also we're going to give X billion dollars worth of subsidies to corporations and financial institutions we're also going to leverage private sector investment in infrastructure rather than doing public sector investment ourselves so we're going to expand the state and at the same time as we're expanding state spending we're going to give you a big powerful robust militaristic state that crushes repression enforces harsh border regimes that involves itself in all sorts of forms of unimaginable geopolitical conflicts all over the world so you have this strong powerful spending state from the right and then the left comes in and says oh wait okay well now you actually are spending money we can't call it austerity anymore so what do we do so the focus on austerity over everything else has kind of undermined this idea which is the it's not about the size of the state it's about the class interests that underpin how the state makes policy so this is the old Marxist idea that the state is a social relation like capital it's a social relation so you know the dynamics of production in a capitalist economy are like influenced by the balance of power between capital and labor that shapes lots of different things from the kinds of things we produce to the profit rate to everything in the same way the balance of power within society also shapes state policy so if you want policy to change if you want politics to change you can't just go in and say we've got these brilliant ideas about how to fix capitalism that's what Keynesians have been trying to do for a very long time and liberals refuse to engage with that for lots of reasons but mainly because any form of public spending that empowers working class people and disempowers capital balance of power so if you want state policy to change you need to focus on shifting the balance of power within society at the same time we can't put all of our effort into electoral political projects are immensely important but I learned very very clearly in 2019 that if you don't have a powerful strong movement that can underpin that project it will fail what I learned as well this election is the power of organizing for reinforcing those political projects so this election Labour Party did really well but it didn't actually do really well in terms of votes but it formed a large government but the most interesting thing for the left about this election is that we have an extremely majoritarian electoral system the two parties basically win you know all of the seats but this election we had five independent candidates elected basically these were candidates who really just like talked to their constituents about the basically like denial of the genocide that was going on in Gaza and they were all elected locally on the basis of individual conversations and community organizing no one in the press was talking about any of these campaigns they all said they're going to lose the Labour party is going to win the Green party which they only had one seat for years this election they got four seats everyone was saying the Green Party is never going to win against Labour but because they had this real focus on community organizing on going door to door speaking to people instead of me going to someone's house and being like the Labour party is going to help you it was their neighbours it was their friends it was their colleagues in their workplace saying have you heard about this new political project maybe it's something you might be interested in that grassroots mechanism for building power it's not only the foundation of any successful left-wing electoral project it's also the foundation of this broader attempt to shift power within society why because even if you do get a left-wing government then the policies of that government are going to be extremely intensely resisted by vested interests we saw this with Joe Biden in the US he's elected on this platform of I'm going to deal with climate breakdown I'm going to stop offshore drilling etc now the US is the single largest exporter of natural gas in the world why it's still undermining progress towards removing the fossil fuel sector from the green transition why because companies like Exxon Mobile the was made Secretary of State under Donald Trump still have immense amounts of influence over what happens within the American state I know that people think that Europe is different but it's not the amount of corporate lobbying that takes place within the European Union is astonishing and it absolutely shapes policy it's also why you end up seeing this confused orientation towards things like climate breakdown in the EU because there's this idea it's up to us to tackle climate breakdown we need to do it in order to save capitalism but then there are the vested interests saying oh no you can't do that because that would harm my profits what's the alternative to that it has to be a powerful political movement that does what I like to say I said this in an interview with one of our right wing newspapers a while ago the grassroots community organizing labor organizing organizing on the streets it comes from a robust political strategy to get people involved in politics and that not only does all the stuff I've said it combats this alienation and this sense of disempowerment and isolation that is the lifeblood of capitalism you know the fact that like the most powerful people in the world have managed to convince Uber drivers that they are small individual little entrepreneurs that they're mini businesses that need to compete with other mini businesses for work is just such an astonishingly successful ideological move and we've all been convinced of it pushing through that competitive individualism is how we are going to be able to build power and there's a really great example of this actually that's happening in the UK which is also from the Rosa Luxemburg foundation the London office I was speaking to them earlier and one of the comrades I know in London who's organizing this campaign which is called an organizing campaign that is designed to provide political education for people within the labour movement and she ran this campaign with a bunch of union organizers from very poorly unionized sectors working in bakeries and franchised industries where it's very hard to get people to work together and she sent me some of the recordings that they had at the end of these sessions and these were ordinary people who just come along to learn a little bit about capitalism about the labour movement and what they said was I feel confident I feel empowered I feel like I can actually go out there and understand the world in which I live and organized with the people around me to try and change it and I haven't felt like that my whole life so changing that making people feel empowered giving them a sense of their own power to change the system not politicians power to just tell them what to do I think that has to be the foundation of any successful socialist movement mich hat das was Grace gerade gesagt hat dass der Kampf um Demokratie das Organisieren Organizing von unten auch so eine Art Ententfremdungs Moment hat an das Argument von dir erinnert Klaus was du in den Besprechungen zu deinem Buch Utopies Sozialismus immer sehr stark gemacht hast und was du glaube ich mit Günther Anders zusammen argumentierst dass ein Kampf um mehr Demokratie vor allem auch um mehr Wirtschaftsdemokratie auch diese Trennung von Produktion und Gewissen auf eine gewisse Art und Weise aufbrechen kann vielleicht kannst du uns noch mal mehr zu deiner Idee der Nachhaltigkeitsrevolution jetzt in Anschluss an dem an das was Grace erzählt hat erzählen und vielleicht noch eine zweite Frage die ich dir gleich mit auf den Weg gebe weil ich finde dass du sie auf produktive Art und Weise jetzt in der Diskussion noch stark gemacht hast du hast gesagt zusätzlich muss es jenseits der klassischen Debatten worum es bei der Linken gehen muss muss es aber auch um sowas gehen dass die Linke sich der Frage noch mal stellen muss was bedeutet es eigentlich heute links zu sein und ein Punkt den du da machst sagst sie muss mutiger werden sie muss nämlich konkrete Utopien formulieren Ich glaube das ist eine so sozusagen etwas mehr erklären was du dir darunter vorstellst Gut ich versuche das kurz auch mit dem Versuch nicht dauernd dasselbe zu sagen was ich schon hundert Mal erzählt habe das ist ja auch immer das Problem wenn man die Leute langweilt aber bezogen auf diese Konstellation Zangenkrise ist mein Argument ja gewesen es gibt eigentlich nur zwei Möglichkeiten daraus zu kommen das eine ist man muss das ökologisch zerstörerischen damit auch gesellschaftszerstörenden Folgen befreien das ist bisher von Ausnahmesituationen 2015 in 18 Ländern noch nicht gelungen oder aber man muss Gesellschaften vom Zwang zu raschem permanenten Wirtschaftswachstum befreien dann wären es keine kapitalistischen mehr so das war die Grundüberlegung nicht daran würde ich festhalten jetzt sind die Kräfteverhältnisse ich weiß Grace hat in Stolen geschrieben noch nie waren die materiellen ökonomischen sozialen und politischen Bedingungen für Sozialismus so gut wie heute bis auf das politische würde ich zustimmen aber ich würde sagen also in so einer Situation mit solchen verheerenden Kräfteverhältnissen drängt sich das mit der konkreten Utopie deshalb auf weil Gesellschaften die nur noch mit Dystopien operieren auf Dauer nicht überlebensfähig sind das ist ein relativ simpler Gedanke wenn du die Hoffnung auf was auf Besseres nicht mehr hast dann fehlt dir auch die Motivation warum sollst du dann noch kämpfen ja also das muss da sein und konkrete Utopie im Sinne von Ernst Bloch meint ja nicht irgendwie Wolkenkuckucksheime sondern meint dass es in der bestehenden Gesellschaft Anknüpfungspunkte geben muss dass man sie finden kann die man dann weiter treiben kann in Richtung einer besseren Gesellschaft das war der Gedanke was meint Nachhaltigkeitsrevolution in dem Zusammenhang also das war eine ganz einfache Überlegung also zum Beispiel die Genossen von der KPÖ sagen man soll da ansetzen wo man breite Zustimmung findet habe ich mir gedacht setzen wir doch an den 17 Nachhaltigkeitszielen an Ziel 1 beispielsweise Beseitigung aller Formen von Armut bis 2030 können wir mal gucken wo wir jetzt sind ja ich will das jetzt gar nicht durchbuchstabieren aber faktisch sind die Nachhaltigkeitsziele eine permanente Anklage gegen die kapitalistischen Eliten wenn man Nachhaltigkeit definiert wie ein inzwischen fast vergessener marxistischer Soziologe aus Kassel das formuliert hat also Nachhaltigkeit als Gegenbegriff zu Gewaltsamkeit nicht nur im Sinne von militärischer Gewaltsamkeit sondern Gewaltsamkeit in allen sozialen Beziehungen von den Geschlechterverhältnissen bis den Klassenverhältnissen wenn man das so versteht dann ist eigentlich völlig klar dass das ein Begriff ist der radikale gesellschaftliche Veränderung einklagt und bezogen auf das was allein ein 1,5 Grad Erderhitzungsziel wie es ja immer noch gilt für die Weltstaatengemeinschaft in großen Teilen das klagt im Grunde revolutionäre Veränderungen von Gesellschaft ein auf der Produktivkraft Ebene aber das hat natürlich auch was dann zu tun für die gesellschaftlichen Formen das war die Idee dabei und was heißt das in der Konsequenz also muss man nicht den Kopf in den Sand stecken wenn man jetzt die Realitäten anschaut das berührt jetzt nochmal diesen Punkt Trennung von Produktion und Gewissen also das stammt wirklich nicht von mir sondern von Günther Anders allein von Günther Anders der hat angesichts des Abwurfs der Atombombe nein falsch er hat angefangen mit der Frage was bewegt eigentlich Besatzungen von Konzentrationslagern dazu zu tun was sie tun und kommt dann zu der erschütternden Antwort die fühlen sich keiner schuldbewusst weil die bürokratischen Abläufe so sind dass sie einfach mitmachen das hat er dann mit den Bomberbesatzungen die die Atombomben abgeworfen haben über Nagasaki Hiroshima auch gemacht und hat es dann überzogen auf alltägliche Arbeitsprozesse wie zum Beispiel bei VW in Baunertal woron da jetzt arbeitet ja so und der Gedanke ist schlicht in kapitalistischen Arbeitsprozessen üben wir etwas ein was darauf beruht dass wir von grundlegenden Produktionsentscheidungen ausgeschlossen sind welche Autos gebaut werden mit welcher Investitionsstrategie mit welchem Geschäftsmodell entscheiden winzige kapitalistische Eliten die Geier-Eliten von denen Grace spricht ja und der Rest der große Rest nicht nur die Belegschaft auch die Regionen die entlang der Wertschöpfungskette sind von diesen Entscheidungen ausgeschlossen und das so die Behauptung von Anders erzeugt diese Trennung von Produktion und Gewissen so und das ist der entscheidende Punkt das macht nämlich Apokalypsen blind diese Trennung von Produktion und Gewissen das ist der Grund weshalb jetzt auch viele in Baunertal oder noch stärker bei Opel Eisenach und so weiter einfach mitmachen oder selbst das Aus vom Verbrenner aus befürworten die das Wort Transformation nicht mehr hören wollen und so weiter das ist die Situation und daran muss man tatsächlich ansetzen so schwer das ist dazu zwei abschließende Gedanken also der eine ist ich sag's mal so wir haben uns ja eingeschossen lange Zeit auf dieses Feindbild grüner Kapitalismus und haben geglaubt der kommt ja kommt nicht im Moment jedenfalls ja und ich würde mal sagen also Habeck hat sich beraten lassen von Mariana Mazzucato das ist nicht einfach Neoliberalismus sondern das war eine Art von Staatskapitalismus der was anderes ist als der Neoliberalismus ja aber dieser grüne Staatskapitalismus kommt nicht sie haben es inkonsequent versucht sie haben es ohne sozialen Ausgleich ohne Klimageld versucht und so weiter damit sind sie gegen die Wand gefahren ja aber jetzt müssen wir natürlich gucken was machen wir in der gegenwärtigen Situation was machen wir mit 10.000 Arbeitern bei VW Zwickau die auf Gedeih und Verderb an der Elektromobilität hängen die dritte Schicht ist schon gestrichen ja und das Werk steht möglicherweise zur Disposition sagen wir denen jetzt gut so weil Autos brauchen wir sowieso nicht mehr Verkehrswende nachhaltige Mobilitätskonzepte das ist richtig das zu sagen ja aber ich weiß nicht ob Franziska Heinisch hier ist die hat auf dem Podium in Jena in Anwesenheit der IG Metall Vorsitzenden Christiane Benner gesagt verdammt nochmal wir kämpfen um jeden Arbeitsplatz solange wir nichts Besseres haben da hat sie recht Christiane Benner hat gesagt das hätte sie sich nicht getraut das so zu sagen ja also Franziska hat recht das erste ist mal die konkrete Interessenvertretung von Kolleginnen und Kollegen aber mit dem Versuch das weiterzutreiben mal ein kleines Beispiel also diese Trennung von Produktion und Gewissen besteht ja auch darin dass die Transformationen können die nicht hören den sozialökologischen Umbau gar nicht sprechen können am meisten noch im Baunatal aber warum nicht das hat Christiane Benner gefordert die IG Metall jede Woche eine Stunde der Arbeitszeit für Debatten über den sozialökologischen Umbau und ich nenne es jetzt auch mal Transformation ja das musst du in der gegenwärtigen Situation hart erkämpfen aber ja das wäre ein kleiner aber hart zu erkämpfender Schritt so und das muss man einfach weiterspinnen das braucht tatsächlich etwas was ich jetzt nicht nur als Verteidigung des Sozialstaates bezeichnen würde sondern ich würde sagen wir sollten kämpfen für einen ich hätte jetzt gesagt ökologischer Sozialstaat aber wenn das ökologisch jetzt Reizwort sein sollte sagen wir nachhaltigen Sozialstaat der aber folgendes impliziert die die Schutzfunktion die der hat brauchen wir nach wie vor wir werden eine Debatte kriegen über Resilienz und Krisenrobustheit da springt auch die Sozialdemokratie schon drauf ja und das ist nicht nur falsch aber wir müssen auch sagen Anpassung an was wenn Resilienz nur im Sinne von Anpassung an die Krisen dieser Zeit verstanden wird dann wird das einen Bach untergehen ja und deshalb braucht es einen Gedanken der mit Demokratisierung verbunden sein muss denn das hat mir sehr gut gefallen der Hinweis von Grace der Staat als soziales Verhältnis da sitzt Alex Demirovic Poulanzas da habe ich das das erste Mal gelesen in einem Band von Alex glaube ich schon lange her aber das war so danach habe ich ihn nach Marburg geholt aber alte Geschichten nee worauf ich raus will ist dass natürlich die Staatsintervention als solche schon eine Verbesserung wäre aber gucken wir uns mal die Staatsapparate an die wir gegenwärtig haben die haben 30 Jahre gelernt dass also die Leute die da arbeiten dass es der Markt schon richten wird und jetzt verlangen doch mal von denen geplante demokratische Industriepolitik zu machen da lachen die Hühner in Thüringen ist das immer die Landesentwicklungsgesellschaft LEG und die sagt unter jeder Regierung egal wer regiert immer das gleiche die sind unfähig eine zukunftsorientierte Politik zu machen und das ist glaube ich das was was sozusagen linke Politik unterscheiden muss also wie bringt man solche Apparate zum Tanzen nicht nur die kapitalistischen Eliten im Unternehmen sondern eben auch die kapitalistischen Eliten die in der Staatsbürokratie sitzen und darf ich einen Satz noch sagen also da ich jetzt bei der KPÖ war das Hauptproblem was wir was wir gegenwärtig haben in der Linken ist glaube ich dass wir in Deutschland etwas nicht haben was ich zumindest bei der KPÖ in Graz nee nicht in Graz doch da auch aber stärker in Salzburg gefunden habe da sagen die Leute die da in der KPÖ sind tatsächlich ich mache Politik weil es Spaß macht mit den Leuten zusammenzuarbeiten wirklich und das war nicht gelogen das war authentisch jetzt stellen wir uns doch mal vor sowas könnten wir sagen und die haben die haben die haben sogar gesagt ich sehe den Sinn darin anderen für andere einzutreten und denen das Leben ein bisschen besser zu machen das ist übrigens nicht Selbstwirksamkeit dieser Begriff der jetzt überall rum nicht Hartmut Rosa triumphiert Selbstwirksamkeit überall nein das ist also das Zurückstellen des Ego ja und darin finden die Sinnerfüllung also Leute die vorher nie Politik gemacht haben sich plötzlich in der KPÖ engagieren ich will das jetzt nicht zum Musterbeispiel für alles und jedes erheben da wirst du mir dann sowieso sofort widersprechen ja aber diesen Punkt den fand ich unheimlich eindrucksvoll ja und ich glaube da fängt es an dass man dass man wenn man eine Demokratisierungsstrategie verfolgt sehen muss dass sich die Subjekte mitentwickeln können und dass sie sich solidarisch zueinander verhalten und da haben wir glaube ich riesigen Nachholbedarf danke Klaus Ines für den Abschluss jetzt von dieser zweiten Runde und danach machen wir nochmal eine ganz mini kurze Runde zur Linken also was ihr konkret der Partei die Linken mit auf den Weg geben wollt für die nächsten drei Monate ich will nur nochmal euch einmal mitnehmen die Herausforderung jetzt in der Linken aktiv zu sein bedeutet ja nicht nur dass in drei Monaten Neuwahlen sind sondern bedeutet auch dass die Abspaltung von Sarah Wagenknecht apropos Ego nach hinten stellen und so ja noch gar nicht so lange her ist und wir gleichzeitig ja noch ganz viele Debatten zu führen haben in der Linken das sind Debatten der Oldie but Goldie was ist eigentlich Klassenpolitik es ist wieder aufgetaucht und liegt wieder sozusagen vor das ist die andere Frage wie soll eigentlich eine linke Friedenspolitik aussehen und zwar so dass sie offensiv ist aber gleichzeitig keinen sozusagen Kampismus betreibt ich würde sagen der dritte Strang der viel diskutiert wird und Klaus hat ihn eben ja auch schon so angedeutet ist die Frage stellt denn die Linke das sozial-ökologische Profil nach vorne oder wie macht sie das jetzt das sind sozusagen Fragen die nach wie vor total virulent sind in der Partei und ja auch noch nicht sozusagen zu Ende diskutiert will einfach sagen die ganze Gemengelage ist nach wie vor auch sehr anspruchsvoll auch deswegen in der Partei Grace und Klaus haben jetzt schon viel Grundsätzliches gesagt ich glaube wo man einfach ganz viel DNA von der Linken wiederfindet trotzdem natürlich an dich jetzt die Frage Ines wie kann die Linke politisch und praktisch Hoffnungsträgerin werden und wessen Hoffnungsträgerin sollte sie eigentlich sein okay ich mache das kurz nein also ich verstehe ich verstehe eure Punkte dass den Sozialstaat zu verteidigen allein nicht ausreicht weil das im Prinzip paternalistisch ist und im Prinzip auch irgendwie nur die Verteidigerin Rolle und den Status Quo irgendwie ja bestätigt und darin erstmal für sich genau noch nichts emanzipatorisches liegt ich stimme dem zu und gleichzeitig muss man glaube ich auch immer als Linke haben wir vielleicht manchmal ein bisschen Gefühl für die Gesellschaft verloren und das was wir jetzt ja gerade tun ist an die Haustüren zu klopfen und mit wirklich tausenden von Menschen zu reden und das ist für sich genommen natürlich jetzt noch kein wahnsinniges Organizing im tiefer gehenden Sinn das bedeutet aber dass man ein Gefühl für die gesellschaftliche Stimmung bekommt und wenn da tausende sagen dass sie Angst vor der Miete haben oder vor den hohen Preisen dann ist das etwas was sie im alltäglichen Leben jeden Tag eben erleben und das ist dann etwas was wir aufgreifen müssen als Linke weil wir sonst den Kontakt zu den Leuten halt nicht mehr haben und das ist auch etwas was Isabella Weber sehr sehr schön jetzt nach der nach der US-Wahl auch auf den Punkt gebracht hat und gesagt hat warum die Demokraten auch gescheitert sind obwohl sie ein großes Investitionspaket hatten obwohl Joe Biden im Verhältnis zur Ampelregierung wirklich viel massiv investiert hat und eine wesentlich bessere Inflationsbekämpfung betrieben hat als die deutsche Regierung nichtsdestotrotz hat das am täglichen Leben der Menschen nicht so viel verbessert und deswegen konnten sich die Demokraten eben auch nicht hinstellen waren auch nicht glaubwürdig sind sie eben auch nicht weil sie auch im Prinzip von vielen Lobbyisten weiterhin sich kaum unterscheiden von den Republikanern und trotzdem konnten sie damit nicht gewinnen und das Zentrum versagt also da drin das politische Zentrum versagt da drin diese alltäglichen Sorgen der Menschen zu adressieren und ich finde das ist jetzt in erster Linie als erster Schritt auch eine Aufgabe der Linken das jetzt erstmal zu tun und diese sozialen Sicherheiten wahrzunehmen wie wir das dann ausdrücken und in welchen Losungen sich das wiederfindet um überhaupt wieder Kontakt zu den Leuten zu bekommen also wir stehen ja an einem Punkt wo wir wo uns kaum jemand überhaupt noch in unseren Kernkompetenzen irgendetwas zutraut das heißt überhaupt das wieder realistisch glaubwürdig zu vertreten die Losungen die von den Menschen selber kommen und gleichzeitig und da stimme ich euch ja zu es kann halt nicht nur sein die für die Entlastung unmittelbar zu sorgen sondern auch immer diesen transformativen Charakter und immer auch das organisierende Element da drin zu halten ich weiß nicht ob wir das jetzt in den nächsten drei Monaten sofort schon schaffen aber ich sehe dass es erstens eine sehr aktivierte Mitgliedschaft gibt also wirklich viele die eben gerade aus dieser Hoffnungslosigkeit herausbrechen was ja wirklich sehr motivierend auch ist die sagen ich bin jetzt nicht nur eingetreten sondern ich möchte auch direkt mitmachen und eben nicht nur auf dem Sofa sitzen also wir sind nicht nur die Millennials die hoffnungslos sitzen und nur die Dystopie vor Augen haben sondern ja wirklich auch viele sich gerade bewegen mitzumachen weil sie etwas verändern wollen das ist erstmal ein großer Schatz den wir haben und den wir nutzen sollten aber wir müssen eben auch vermitteln in den Forderungen die wir haben nicht nur die nicht nur die Entlastung sondern eben auch diese transformativen Forderungen hin zu Vergesellschaftung zum Beispiel also dass wir verschiedene demokratische Kontrolle auch wieder in den Mittelpunkt rücken dafür brauchen wir aber und das ist leider die Wahrheit eine langfristige Verankerung in der Klasse um das auch wirklich durchzusetzen ich kann ja in jedem Pressestatement sagen ich möchte Wohnungskonzerne Vergesellschaften aber wir haben in Berlin gesehen dass das nicht einfach funktioniert nicht mal wenn man einen Volksentscheid gewinnt das heißt wenn wir das bundesweit umsetzen wollten bräuchten wir eine sehr starke Mietenbewegung bräuchten wir wirklich eine große Verankerung unter den Menschen wenn wir das in den Industriekonzernen wenn wir die Transformation ernst machen müssen brauchen wir eine Verankerung unter den Industriebeschäftigten das wird Jahre dauern das werden wir nicht jetzt in den nächsten drei Monaten schaffen was wir uns vornehmen aber das ist das ist eine längerfristige Strategie das ist das was wir unter Klassenpolitik verstehen und auch ernst nehmen müssen da hatten wir zuletzt ein sehr schönes Treffen mit Peter Mertens von der PTB der mir eben gesagt hat Ines also da war der Wahltermin noch auf September gelegt und da meinte er Ines du schaffst es nicht bis September es wird mindestens fünf bis zehn Jahre dauern haben wir gebraucht um die Partei zu transformieren zu einer Partei die wirklich in der arbeitenden Klasse verankert ist in den Vierteln verankert ist wo arme Menschen leben also genau die Leute die wir eigentlich erreichen wollen mit unserer Politik und deswegen sage ich jetzt immer so als erste Losung wir sind die Partei des täglichen Lebens wir greifen diese täglichen Bedarfe auch wieder auf aber natürlich brauchen wir eine Perspektive dafür verankert zu sein und genau das Micha Brien nennt das immer das Mitte-Unten-Bündnis genau diejenigen die arbeiten und Sorge haben ihre Jobs zu verlieren bei VW mit denen zu verbünden die bereits am meisten unter den Krisen leiden das ist eigentlich unsere Koalition wenn man so will das sind die Menschen die wir ansprechen sollen und für die wir beide eine Perspektive brauchen und das muss aber ganz konkret sein wie ihr auch sagt das muss konkret am Leben anknüpfen das muss aber auch untersetzt sein mit einer mit wirklich Menschen die das unterstützen und das muss auch mehr sein als eben nur eine Wahlkampagne wie Grace auch schon gesagt hat eine Wahlkampagne kann der mobilisierende Faktor sein da bringen wir Dinge auf den Punkt aber ich muss es auch immer den Mitgliedern schon so sagen jetzt in den nächsten 100 Tagen dann endet ja nicht die Politik und dann endet auch nicht was auch immer passiert wird es auch die Linke weitergeben und wir müssen uns trotzdem schon mal jetzt eine Vorstellung davon machen wie können wir jetzt Leute gewinnen aber auch darüber hinaus was für eine Partei wollen wir in fünf Jahren sein um dann viel viel stärker zu sein das umzusetzen und ich glaube dass diese Perspektive zu haben über diesen Wahltermin und über die Taktiken welche Begriffe lässt man weg oder nicht aus taktischen Gründen die Stelle über die Fragen stelle ich mir deswegen schreibe ich Nachhaltigkeit nicht aufs Plakat wahrscheinlich weil die Leute dann an irgendwie Pappstrohhalme denken aber das ist eine Frage die können auch Agenturen klären sondern wirklich die viel wichtigere Frage ist wie können wir verankert sein bei den arbeitenden Menschen und in den Betrieben um das was wir eigentlich brauchen umzusetzen Danke Ines ich entlasse euch jetzt noch nicht weil mich interessiert doch was am Ende auf den Plakaten steht aber das muss das können auch Klaus und Grace beginnen und dann du nochmal aufgreifen Ines also tatsächlich einfach mal am Ende in ganz kurz die Frage was würdet ihr denn jetzt auf die Plakate draufschreiben mit welcher Botschaft und mit welchen Forderungen gewinnt die Linke wieder Kraft sprich in der jetzigen Messlatte gedacht mit welchen Forderungen schafft es die Linke über die 5% zu kommen Grace was das was das was das was ich was ich put on the left party posters I would I don't know if this is a slogan that I would put on party posters but what I would do is really emphasize in all of my political messaging the power that comes from working together in communities from solidarity from the collective sense of belonging that we get by organizing and participating in social institutions I would not only just like completely and utterly destroy the economic situation that we're living in today saying you know you have been sold a lie you have been told that tax cuts subsidies for the rich privatization deregulation would make you wealthy it has in fact made you poor and it has delivered massive gains to the people at the top but I wouldn't just leave it there because people know that everyone knows that on some level that's why the right does so well when he says I'm going to go in and drain the swamp people know that this model is broken and it's not working the issue is is that that makes them feel powerless if you just say the economy screwed because elites are screwing you over people respond with either apathy like oh well what's the point in doing anything or anger and rage that tends to actually benefit the far turned that into a hatred of refugees or you know a hatred of the unemployed or whatever so you have to be able to combine that really incisive analysis as to how capitalism neoliberalism has screwed people over with a really coherent and compelling message of hope and to be honest when I go around lots of different places from Belgium to Germany to the UK to America to wherever and I speak to people about the issues that are affecting their lives there is a very obvious economic message at the top I can't afford the things that I need to survive that has to be point number one but underneath that there is something much more profound and you see it when you speak to men who have been radicalized by the far right when you speak to women doing unpaid care work who feel completely and utterly abandoned when you speak to unionists trying to organize in the context of massive barriers when you speak to climate organizers in particularly poor parts of the world it's just this sense of I have been completely abandoned I've been left on my own and I lack a sense of just like belonging that is such a profound core human need to feel like you belong to feel part of solidarity and protection that there will be someone there to catch you when you fall that you live in a world that cares about you and that is what so many people are lacking so many people live in a state of constant anxiety constant fear looking over their shoulder worrying about what's going to happen to them tomorrow and none of our politics is actually speaking to that and saying the way that we can not only deliver economic change but deal with that profound psychic trauma that comes from living in this individualistic neoliberal society is by working together and here are some amazing examples of people doing that there's examples of a town in North Wales that I visited that was a left behind town where people were very poor and they couldn't afford to heat their homes so the community came together and they then saw that there was a hydroelectric power company that was exploiting their natural resources in a big dam at the top of their mountains so they started a bunch of community energy companies that allowed them to deliver power at low prices for the people in the town they then set up a community food bank they really started to reinvest in their place they bought up shops and rented them out to social enterprises per capita and you go there and you speak to these people and sure their lives have been improved a bit it's not like they're living in a socialist utopia where we've dealt with all of the problems that are afflicting modern capitalism but what they do have is a sense of what's gone wrong they've been screwed over by politicians who ignore them they live in an extractive economy which exploits them and how they are going to get over that which is working together to change things and that doesn't just mean small local level stuff like building community energy companies but it starts there because it is the only way that people begin to see that if they work together they can change the world the next step from that is I realized I'm not powerless I can change my community maybe if I can change my community I can change my workplace maybe if I can change my workplace I can change my local government maybe I can start changing politics at a national level so I really think that rooting that experience of collective organizing in people's lives and showing them not going and saying vote for me I'll make your life better yes saying that but also saying the foundation of all of this is giving you power is making the promise of freedom that you were sold by the free marketeers actually delivering that giving you the power and control to influence all of the decisions that affect your life it is actually the Marxist idea of freedom which is the freedom of the architect as opposed to the freedom of the bee the bee which is running around being told what to do and forming a hive but doesn't really know what it's doing doesn't really have control over the conditions of its existence versus the freedom of the architect and Marx talks about how the difference between the architect and the bee is the architect has the capacity to imagine a new world in his head and bring it into being in his hands and that is the socialist idea of domination and control thank you great mir fällt ja immer wenn ich jetzt grace zuhöre würde ich dann immer an not me us denken aber ich glaube schon seit jahren überlege ich mit Genossen wie man das eigentlich cool auf deutsch übersetzt und es fällt vorher mit dem was Ines zuletzt gesagt hat bin ich sehr einverstanden ja also wir haben 6,2 Millionen Menschen die sich keine Woche Urlaub und nicht mal ein Restaurant Besuch leisten können obwohl sie Fulltime arbeiten jetzt nur als Beispiel davon müssen wir ausgehen die zweite vorbemerkung ist was Wahlempfehlungen angeht hat Georg Füllbott mein früherer Professor in Marburg über mich immer gesagt ich sei ein notorischer Wahlverlierer weil die Studentenparlaments Wahlkämpfe die unter auch meiner Führung geführt wurden zwar manchmal steigende Stimmzahlen brachten aber wir haben es nie geschafft die Grünen dann noch zu schlagen und ihnen den Asta wieder zu nehmen also ich bin da schlecht ich bin da schlecht so aber das sozusagen als bitte um mildernde Umstände vorausgeschickt würde ich etwas formulieren das zu tun hat mit Kopf hoch mit Kopf hoch mein Eindruck ist die Leute können nicht mehr hören dass ihnen Politiker erzählen wie schlecht es ihnen geht schon gar nicht im Osten kein ich sage jetzt mal ich meine das nicht despektierlich kein Ossi kann mehr hören dass er der abgehängte Ossi ist ja die wissen ja selber wie es ihnen geht ja und also das würde ich nicht auf ein Wahlplakat schreiben aber das sozusagen das was da drin steckt die größte Produktionsgewerkschaft in Österreich die auch so heißt ProG hat eine Jute Tasche gedrückt und zwar die Frauen in der ProG stolz Arbeiterin zu sein war in einem Tag vergriffen jetzt haben sie auch noch T-Shirts gedruckt und so weiter da steckt immer drin Kopf hoch ja und wenn man Kopf hoch verbinden würde mit konkreten Beispielen und konkreten Personen jetzt sind es nur drei Monate aber ich meine das ist das was die Linke leider nicht verstanden hat bei uns ist immer so die Tendenz wenn jemand mal ein bisschen herausragt dann gibt es gleich Haue das ist schlecht also wenn Medialpolitik so sehr über Persönlichkeiten funktioniert da muss man natürlich alles tun Persönlichkeiten aufzubauen ohne Personenkult und ohne Karrierismus was schwer ist die aber sozusagen für glaubwürdig gelten und das ist was was man über die Wahlplakate eben nicht hinkriegt also Namdui in Leipzig das Beispiel ist sicher nicht zu verallgemeinern aber da gab es ja so einen Haustürwahlkampf der hat natürlich dieses Versprechen mit übernommen ich bin kein Politiker wie jede und jeder andere Gehaltsobergrenze so wie bei der KPÖ und so weiter ich will das jetzt im Detail nicht bewerten aber der Punkt ist ja dass bei vielen eine Ablehnung der gesamten politischen Klasse da ist das ist ja der Grund warum man in der AfD nichts undemokratisches sieht die anderen sind undemokratisch so und da braucht man eine Antwort auf die Krise der Politik also man muss überzeugend darstellen dass man anders ist als die anderen und das braucht Zeit das ist wahr aber vielleicht mit Kopf hoch und so ein paar ich traue gar nicht diesen Agenturen weil die oft weniger wissen als die Politikerinnen und Politiker die an den Türen klingeln und so weiter und hören was die Leute zu sagen haben aber ich bin auch kein Werbetext aber vielleicht fällt jemand was ein in diese Richtung glaube ich also nicht weiter niederziehen die Leute sondern sie aufrichten Hoffnung geben das ist der entscheidende Punkt Ines du kannst jetzt diesen Ball ins Tor schießen wenn du willst es sitzen viele Menschen hier die glaube ich gerne supporten wollen die letzten paar Minuten gehören dir bevor wir zum Bier oder Limo überschreiten gebe alles ja der große Gag dieser Veranstaltung ist ja dass ich ja davor vor meiner Tätigkeit als Parteivorsitzende hier in der Stiftung gearbeitet habe und also den Organisatoren in dieser Konferenz gesagt habe ihr müsst am Ende noch die Hoffnung hier rein bringen ihr müsst noch ein Panel machen das noch irgendwie ein Hoffnungsstrang bildet jetzt habe ich aber nicht damit gerechnet dass ich selber nun diejenige sein muss die diese Aufgabe erfüllen muss aber gut ich stehe dazu das war wohl der richtige Ansatz und ich finde wir haben es auch ganz gut wir haben noch die Wände ganz gut hingekriegt und das Schöne ist ja auch Klaus dass ich ja in der Partei auch bekannt bin für die KPÖisierung also insofern rennst du bei mir natürlich absolut offene Türen ein weil ich ja genau das auch so inspirierend fand und so schön fand auch immer wenn ich in Österreich war zu sehen erstens die praktizieren eine gewisse revolutionäre Freundlichkeit wie ich das immer nenne mit als Genossinnen und Genossen das ist ja schon viel wenn man bei uns mal war also das ist wirklich das ist wirklich besonders dass wir einen anderen Umgang auch innerhalb einer Organisation was wollen wir denn in einer sozialistischen Partei sein wenn wir nicht selber miteinander solidarisch umgehen können und ein Ort sein können in dem sich Menschen wohlfühlen in dem sie auch selber organisiert sein wollen wenn man das nicht ist dann kann man auch niemanden nach draußen sind davon überzeugen dass wir eine solidarische Gesellschaft irgendwie als Ziel haben und erreichen wollen insofern ist das der erste Schritt dass wir in unserer eigenen Organisationskultur einen Umgang schaffen müssen indem wir selbst auch Feste feiern was auch Menschen aus dieser Menschen vereinzelung raus das ist unsere Hauptaufgabe die Menschen wieder zusammenzubringen und das Gefühl zu geben sie können etwas in ihrem eigenen Leben verbessern deswegen haben wir die linke hilf gegründet und gesagt wir wollen wir wollen an diesen täglichen Sorgen anknüpfen aber die Menschen auch zu ihrem eigenen Recht verhelfen also nicht nur Paternalismus sondern sagen ihr habt das Recht auf bezahlbares Wohnen es ist ein Menschenrecht dass ihr eine saubere eine warme Wohnung habt und das gehört dazu und wir verhelfen euch zu diesem Recht euch das selbst zu erkämpfen das heißt genau das sind eigentlich die Ansatzpunkte die gerade auch so viele Menschen anzieht und deswegen kommen sie in die Partei und haben oder sonstigen die in dem kleinen Königkreis was entscheiden sondern dass wir wirklich auch davon leben nicht nur die Spenden zu haben die Millionen zu haben sondern halt die Menschen zu haben das ist einfach wir sind anders als die anderen Parteien nicht nur weil wir nicht die Spenden annehmen sondern weil wir eben auch die Menschen haben die Leute im direkten Gespräch überzeugen wollen ob das jetzt reicht in den nächsten drei Monaten weiß ich auch nicht ob wir die Kehrtwende jetzt sofort damit schaffen aber ich weiß dass er erfolgreich sein wird nicht nur weil das auch in Salzburg oder Graz war sondern ich bin davon einfach zutiefst politisch überzeugt dass das der richtige Ansatz ist und wenn wir dann noch strategisch viel viel klüger werden an den zentralen gesellschaftlichen Themen die die Menschen bewegen nicht mehr zurückschrecken sondern sagen natürlich stehen wir für Diplomatie natürlich stehen wir für Friedensverhandlungen natürlich stehen wir für massive investition in die Bus und Bahn und alles was wir brauchen wir können das viel selbstbewusster nach außen auftreten weil wir sind die einzigen die das so in dieser Weise sagen die das selbstbewusst so sagen ich glaube wir können das machen wir können damit viel mehr Menschen erreichen wir müssen sie nur auch im Herzen erreichen das ist etwas was ich eben auch gelernt habe nicht so sehr verkopft zu sein sondern wirklich zu den Menschen zu gehen ihre Sprache zu sprechen und das was du auch gesagt hast dass wir die Arbeiter als Arbeiter ansprechen mit ihrem ganzen Stolz mit ihrer ganzen Würde und eben nicht einfach nur tätscheln wie gesagt das hassen die Ossis am meisten da hast du total recht sie nicht einfach nur zu betätscheln sondern sie in dieser Würde in diesem Recht das was sie haben auf das was ihnen genommen wird das anzusprechen und ich glaube das müssen wir in unserer täglichen Kommunikation das müssten wir eigentlich von Tag eins ändern in allem was wir so sagen in der ganzen Bildsprache in den Kandidierenden die wir selber auch auf unsere Listen setzen wir brauchen diese Menschen die glaubwürdig vertreten wir sind Teil wir sprechen nicht nur über die Klasse sondern wir sind Teil der arbeitenden Klasse und wir setzen uns für sie ein und ich glaube wenn wir das hinkriegen dann können Ich kann die Parteivorsitzenden noch nicht entlassen also echte Frage also natürlich nicht auf Englisch aber wie ist es mit Tax the Rich und Einnahmen daraus für den sozialökologischen Umbau geht das an der Haustüre oder geht das nicht das ist ja die Forderung mit der die neue Volksfront in Frankreich relativ gewonnen hat Vermögensbesteuerung ist sehr sehr populär gibt ja auch wirklich breite Mehrheiten dafür aber wir haben eben auch gelernt weil viele in der deutschen Mittelschicht denken sie wären vermögend dass sie dann auch betroffen wären deswegen muss man darf man das nicht so sprechen sondern muss es wir versuchen es eben als Millionärssteuer oder so weil man eben genau klar machen muss ihr seid davon nicht betroffen genauso wie von wenn wir Enteignung sagen seid ihr nicht betroffen sondern 5000 alle Wohnkonzerne mit über 5000 Wohnungen das heißt das ist ein bisschen eine sprachliche Sache aber ich glaube wirklich dass wir das auch diesen Gerechtigkeitsmoment also ich habe ein sehr technisches Verhältnis zur Schuldenbremse und sagt deswegen wir müssen die Schuldenbremse abschaffen das bewegt aber niemanden das heißt das Umverteilungsmoment und dieses Gerechtigkeitsgefühl das ist sehr sehr stark bei den Leuten und ich glaube deswegen brauchen wir allein auch so eine Forderung weil das auch die Leute sehr sehr tief bewegt weil sie sagen ja genau es ist einfach ungerecht und deswegen müssen wir umverteilen also absolut d'accord aber wie wir es nennen und wie wir die Leute damit wirklich überzeugen dass das ein Wahlgrund ist da müssen wir noch ein bisschen ran okay einigen wir uns auf Kopf hoch und damit Kopf hoch und Prost und einen schönen Abend an euch alle und wir sehen uns wieder